Ja, Börse ist rational, ja, am Montag. Gottes Willen, die Hütte brennt, die Rezession kommt, der Yen-Carry-Trade geht in Flammen auf, die Welt geht unter. 24 Stunden später, bye, 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 im Gottes Willen bin ich wieder mit dabei, der Markt geht durch die Decke, wie weit können wir steigen, war es da schon. Vollkommen rational. Ja, herzlich willkommen an der Wall Street, es ist kein Wunder, dass ich grau bin. Eigentlich erstaunlich, dass ich noch Haare habe nach so vielen Jahren an der Wall Street. Also, es ist wieder alles irgendwie, ja, so. Also, die Bank of Japan betont über Nacht, dass letztendlich wird man die Zinsen nur dann anheben, wenn auch das Marktumfeld stabil sei, nicht im Umfeld von Volatilität. Der Yen also läuft wieder ein bisschen zurück. Die Sorge vor einer Auflösung des Carry-Trades läuft auch ein bisschen zurück. Die Renditen der US-Staatsanleihen laufen ein bisschen hoch. Ein Zeichen, dass die Rezessionsangst wieder nachlässt. Und wir haben Medienberichte, dass der Iran also anscheinend überdenkt, einen großen Schlag gegen Israel vorzunehmen, aufgrund des erhöhten militärischen Drucks aus Washington. Ja, also auch hier scheint das Risiko nachzulassen. Und dann haben wir noch die Ergebnisse von Corporate America, die aber in der Tat durchaus sehr gemischt ausfallen, mit überwiegend negativen Reaktionen. Airbnb runter. Supermicro runter. Wir haben die Aktien von Disney auch nach den Zahlen runter. Und sehen klare Zeichen, dass in den USA die Konsumlaune also in der Tat an Dynamik verliert. Fangen wir mal damit an. Airbnb also, abgelaufener Quartal eigentlich ganz in Ordnung. Aber die Aussichten enttäuschen. Und das Management betont also, dass man Zeichen sieht, dass in den USA die Nachfrage abkühlt. Und auch die globalen Leitindikatoren deuten auf eine abkühlende Nachfrage. Airbnb also schwach. Disney eigentlich ein ganz gutes Quartal. Der Ertrag war ja höher als erwartet. Der Streaming-Bereich das erste Mal profitabel. Ein Quartal vor der Zielsetzung des Managements. Aber das Problem liegt auch hier im Detail. Man hat die Erlebnisparks, die enttäuschen. 2,2 Milliarden Umsatz. 100 Millionen weniger als erwartet. So richtig überraschend ist das nicht. Weil bei Universal, Comcast, die Erlebnisparks ja auch schon enttäuschen. Aber der Cashflow, der frei verfügbare Cashflow bei Disney, lag eine ganze Ecke unter den Erwartungen. 1,2 statt 1,8 Milliarden Dollar. Und ja, man hat die Ertragsaufsichten angehoben aufs Jahr. Aber gleichzeitig betont das Management im Earnings Call. Also man sieht Zeichen, dass die Nachfrage moderat nachlässt. Hier innerhalb der Vereinigten Staaten. Das könnte das dritte Quartal und die Quartale darüber hinausgehend durchaus auch betreffen. Also nicht alles rosig bei Disney. Wir haben abgesehen davon Win, auch im Konsumgüterbereich, mehr oder weniger Unterhaltung. Nächtigung, Casinos. Auch hier der Ertrag unter den Erwartungen des Marktes. So, damit wechseln wir mal. Naja, bleiben wir noch mal ganz kurz bei zwei Verlierern. Und dann wechseln wir auf die Sonnenseite. Wir haben Rivian. Hier war der Verlust ein bisschen geringer als erwartet. Nichtsdestotrotz 860 Millionen Dollar Verlust. Und die Aussichten für das Gesamtjahr wurden wohlgemerkt bestätigt. Man plant immer noch 57.000 Autos zu produzieren. Die Kapazitätsinvestitionen bleiben. Also eigentlich keine bösen Überraschungen, aber die Aktie trotzdem auf der Verliererseite. Reddit hatte wirklich sehr gute Zahlen. Die Aktie war gestern nachbörsig leicht im Minus. Trotzdem erstaunlicherweise. Aber der Umsatz im letzten Quartal 50 Prozent über Vorjahresniveau. 20, 30 Millionen höher als erwartet mit 281 Millionen. Das EBITDA-Ergebnis war auch besser als erwartet. Die täglich aktiven Nutzerzahlen 50 Prozent Anstieg im Vergleich zum Vorjahr sehr gut. Auch höher als erwartet Aussichten auch angehoben. Also bei Reddit läuft es eigentlich ganz gut, wenn man bedenkt, wie schlecht es bei so manch anderem Internetwert aktuell läuft. So, CVS Health, Drogeriekette, nicht wirklich überraschend. Schon wieder werden die Ergebnisse für das Gesamtjahr reduziert. So, und jetzt kommen wir mal zur Schokoladenseite. Shopify kann beeindrucken, wenn man bedenkt, dass bei Amazon ja das Einzelhandelsgeschäft enttäuschte, also das Online-Geschäft. Bei Shopify Umsatz im Rahmen der Erwartungen. Die Bruttovolumen, also an Waren, die abgesetzt wurden, über die Plattform höher als erwartet. Die Margen viel höher als erwartet und die Aussichten angehoben. Also bei Shopify läuft es. Das zeigt auch der Aktienkurs und ähnlich bei Fortinet. Auch hier wurden die Erwartungen geschlagen und die Aussichten werden angehoben. So, jetzt kommen wir dann nochmal zu Supermicro zurück. Das Problem bei Supermicro sind vor allen Dingen die Margen. Die hat es ziemlich getroffen im abgelaufenen Quartal und auch bei den Aussichten verfehlen die Margen. Und dementsprechend, obwohl die Umsätze ja deutlich höher ausfallen werden als erwartet, aber unter dem Strich bei weniger Marge bedeutet das Gegenwind. Wir haben die Bank of America, die die Kursziele von Supermicro heute von 1090 auf 700 Dollar reduzieren. Wir haben JP Morgan, Kursziel 950 Dollar. Da bleibt man bei übergewichten in anderen Worten. Man hat das nicht kommen sehen. Die Bank of America übrigens genauso wenig. Hier wird die Aktie erst heute von Kaufen auf Neutral abgestuft. So, also zum Schluss noch ein paar Analystenkommentare. Die City zu Uber und Uber hatte gestern ja sehr gute Zahlen und Aussichten. Da sieht man also auch keine abkühlenden Tendenzen. Die City hebt das Kursziel auf 98 an, bleibt bei Kaufen. GMP Securities, Kursziel 80 Dollar. Man bleibt bei Kaufen. Und wir haben Ultra Beauty, hier allerdings eine Reduktion der Kursziele. Man bleibt nur bei Halten. Bei Barclays, das Kursziel sinkt auf 328 Dollar. Ja, die Börse bleibt verrückt, muss man sagen, bleibt volatil. Ganz kurz noch ein Wort zu dem Wahlkampf in den USA. Wenn man sich die Wettmärkte mal anschaut, dann sehen wir, dass bei Predicted die Wahrscheinlichkeit eines Wahlsiegs von Kamala Harris deutlich gestiegen ist. 54% Wahrscheinlichkeit, 48% Wahrscheinlichkeit von Donald Trump. Es wurde ja nun der neue Vizepräsident vorgestellt, der potenzielle Vizepräsident. Erstmal muss Kamala natürlich gewinnen. Schauen wir uns diese Grafike nochmal. Hier sehen wir also nochmal in den letzten 24 Stunden bei Predicted, die Siegeswahrscheinlichkeiten von Kamala haben nach Vorstellung des neuen Vizepräsidentschaftskandidaten ein bisschen nachgelassen, aber sie liegen immer noch bei 54% und damit vor. Ja, wie das Ganze weitergehen wird, das hängt natürlich jetzt wirklich davon ab, wie der Wahlkampf weiter verläuft. Kamala Harris und auch der neue Kandidat als Vizepräsident Walz gelten beide als sehr linksorientiert. Das dürften die Republikaner auch mit ins Visier nehmen. Socialism, um Gottes Willen. Amerika ist das ja ein rotes Tuch sozusagen. Und jetzt kommt es also sehr stark darauf an, wie die Demokraten also das Rad hier spinnen werden. Nochmal ein Blick zurück, nur noch zur Erinnerung. Als George Bush Senior in die Wahl eingestiegen ist, war er ja damals auch Vizepräsident. Genauso wie Kamala Harris unter Biden Vizepräsidentin war, war Bush Vizepräsident unter Reagan. Als er in den Wahlkampf einstieg, lag er 17 Basispunkte hinter Dukakis, also sehr weit dahinter. Aber sein Wahlkampf war so stark und überzeugend, dass er trotzdem siegen konnte. Also in anderen Worten, dass das Pendelt jetzt Richtung Harris schwingt, war zum einen zu erwarten. Aber ob sie wirklich Chancen hat, das hängt nun vor allem daran, wie sie den Wahlkampf tatsächlich gestaltet. Wenn sie nicht Richtung Mitte tendiert und der Aktienmarkt in eine Korrektur reinläuft, also wenn diese hohen Volatilitäten ein Warnzeichen waren und wir schmieren letztendlich in die Wahlen ab, dann muss sie auch mit Gegenwind rechnen. Also es ist bei weitem noch nicht entschieden, aber wir sehen einmal mehr, dass das Pendel in Richtung der Demokraten zurückschwingt. Ich wünsche einen guten Handelstag, wir sehen uns morgen, bis dann und ciao.